Du bist auf der Suche nach einer neuen Teigmaschine? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Wir werden dir hier drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. So sollte das richtige Modell für jeden Anspruch und auch jeden Geldbeute dabei sein. Viel Spaß nun also bei diesem Video. Für weitere Informationen zu den Teigmaschinen schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort sind alle drei Modelle verlinkt und über diese Links könnt ihr die Modelle bei Interesse auch bestellen. Nun starten wir aber mit dem eigentlichen Video und auch der ersten Teigmaschine. Als allererstes möchten wir euch das Modell von Hauswild vorstellen. Diese Knetmaschine kommt mit 1000 Watt Rührleistung und einem großen 5 Liter Fassungsvolumen. Geliefert wird das Modell mit einer hochwertigen Edelstahlschüssel sowie drei verschiedenen Knetaufsätzen. Dabei haben wir einen Knethaken, einen Flachrührer und einen Schneebesenaufsatz. Für das Herstellen von Teig eignet sich am besten der Knethaken. Das Gehäuse des Modells besteht vor allem aus hochwertigem Kunststoff und ist in zwei verschiedenen Farbvarianten in einer milchweißen und in einer blauen Ausführung erhältlich. Auszeichnen tut sich das Modell noch durch die großen Bedienelemente sowie das LED-Display, welches einem die verbleibende Restzeit oder die ausgewählte Leistung anzeigt. Diese Einstellungen kann man hier wie gesagt über die Bedientasten unter dem LED-Display vornehmen und so ganz genau einstellen, wie lange und mit welcher Leistung das Gerät arbeiten soll. Acht verschiedene Geschwindigkeiten plus eine zusätzliche Pulsfunktion lassen sich hier einstellen. Für eine sehr gute Vermischung des Teiges sorgt hier auch das Planetary Mixing System. Durch dieses wird der Teig in verschiedene Richtungen gleichzeitig geknetet, wodurch ein sehr gleichmäßiger und hochwertiger Teig entsteht. Wenn ihr nun noch mehr zu diesem Modell erfahren wollt, könnt ihr das gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung tun. Dort könnt ihr auch einige Kundenbewertungen durchlesen oder das Modell natürlich zu euch nach Hause bestellen. Bleibt nun aber auch dran, denn als nächstes möchten wir euch die Teigmaschine Heinrichs vorstellen. Diese kommt mit ganzen 1800 Watt Leistung und einem großen 12 Liter Rührbehälter. Das Modell, welches komplett aus Edelstahl besteht, so natürlich auch die große Rührschüssel, macht einen sehr modernen und auch hochwertigen Eindruck. Vor allem die 1800 Watt Leistung sind es aber, die bei diesem Modell überzeugen. So kann Teig in Windeseile geknetet werden, wodurch auch die drei verschiedenen Rühraufsätze sorgen. Natürlich muss man aber auch nicht immer mit maximaler Leistung arbeiten. Die Leistung lässt sich hier über acht Geschwindigkeitsstufen an dem Drehregler an der Seite einstellen. Welche Geschwindigkeitsstufe man dann ausgewählt hat, wird einem hier über einen LED-Ring angezeigt. Auch der werkzeuglose Wechsel der Rühraufsätze ist hier sehr, sehr einfach. Das Rührelement lässt sich kinderleicht aus der Schüssel anheben und die Aufsätze dann mit einem Klickverfahren ganz einfach wechseln. Ansonsten kommt das Modell nicht mit wirklich vielen Sonderfunktionen oder besonderen Eigenschaften, sondern überzeugt vor allem durch die grundlegenden Besonderheiten wie die starke 1800 Watt Leistung oder der große 12 Liter Edelstahl-Knetbehälter. Mit dieser Maschine können auch größere Teigmengen im Nu hergestellt werden. Mehr Infos zu dem Modell über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Es handelt sich sowohl um die Teigmaschine mit der größten Leistung als auch dem größten Fassungsvolumen. Als nächstes möchten wir euch das Modell mit den meisten Einsatzmöglichkeiten vorstellen und das ist die Teigmaschine Bosch MUM5 Styline. Das Modell kommt mit 900 Watt Leistung und einer 3,9 Liter Rührschüssel. Es handelt sich hiermit also um ein eher kompakteres Gerät, welches aber wie schon erwähnt vor allem durch seine Multifunktionalität überzeugt. Das Modell an sich ist in mehreren Farbvarianten eher erhältlich, die Rührschüssel besteht aber immer aus einem hochwertigen Edelstahl. Zum Rührset gehört hier ein Schlagbesen, ein Rührbesen und ein extra Teig-Knethaken dazu. Auch sind im Lieferumfang aber ein Durchlaufschnitzler mit drei Scheiben zum raspeln, reiben oder schneiden, ein zusätzlicher Mixaufsatz, eine Zitruspresse und ein Fleischwolf dabei. Diese ganzen Aufsätze können mit der Bosch MUM5 verbunden werden, wodurch man das Modell nicht nur als Teigmaschine, sondern auch anderweitig verwenden kann. Dies ist natürlich besonders praktisch, da man die verschiedenen Aufsätze auch ganz einfach mit dem Klicksystem installieren kann. Möchte man das Modell aber wirklich zum Teigherstellen benutzen, dann kann man hier Teigmengen bis zwei Kilogramm gleichzeitig in sieben verschiedenen Geschwindigkeitsstufen rühren lassen. Auch gibt es eine achte Pulsstufe, mit der man einen besonderen Kick beim Kneten erzeugen kann. Das Besondere ist hier wie gesagt, dass man auch alle anderen Zutaten für weitere Gerichte gleich mit dem Modell vorbereiten kann. Im Lieferumfang ist hier sogar eine Rezept-DVD dabei, welche unzählige Ideen für eine vielfältige Nutzung mit dem Modell gibt. Mehr Infos zu dieser beliebten Teigmaschine gibt es aber auch über den dritten Link in der Videobeschreibung. Es handelt sich bei der Bosch MUM5 tatsächlich auch um das beliebteste Modell, was die reinen Verkäufe als auch die Kundenbewertungen angeht. Soll es dann aber eine reine Teigmaschine sein, dann würden wir persönlich doch eher die Auswahl zwischen dem etwas günstigeren, aber auch leistungsärmeren Hauswirt-Modell und dem leistungsstärkeren und größeren Heinrichs-Modell treffen. Egal für welches Modell ihr euch nun entscheidet, wir hoffen, dass wir euch bei der Entscheidung etwas helfen konnten. Wenn ja, lasst doch gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Wie gesagt, für weitere Infos zu allen drei Teigmaschinen schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei.